Hallo liebe Freunde meines Kanals, heute reinigen wir die Waschmaschine und zwar mit diesem Mittel hier. Alma Win Spül- und Waschmaschinenreiniger kann man tatsächlich für beides verwenden. Es sind zwei Packungen drin, hier hinten kann man es sehen, oder da kann man es sehen. Zwei Beutel sind drin, kann man tatsächlich für die Spülmaschine benutzen und für die Waschmaschine. Wir benutzen den ersten Beutel jetzt mal für die Waschmaschine. Ich möchte sehen, wie das Ganze funktioniert, ich möchte sehen, wie das riecht, ich möchte sehen, ob die Waschmaschine sauber wird, das will ich heute mit euch testen. Mit dem Alma Win Spül- und Waschmaschinenreiniger. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Laut Alma Win funktioniert das Ganze so, dass praktisch Kalk, Schmutz und Ablagerungen und Gerüche entfernt werden. Und genau das möchte ich ausprobieren, hier steht es, Gerüche werden entfernt. Das wird man sehen können, natürlich auch die Verschmutzungen außerhalb, also in der Waschtrommel, was man eben sieht. Was man natürlich nicht sieht, sind die Ablagerungen in den Leitungen und der Kalk im Inneren, das kann man schlecht beurteilen. Aber das andere werden wir testen, ich werde euch sagen, wie das riecht, ob das innen sauber ist. Das werde ich euch zeigen und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Ganze funktionieren soll. Reiniger in das Haupteinspül kann man der Waschmaschine geben, Hauptwaschgang mindestens 60 Grad ohne Vorwäsche, ohne Waschmittel, ohne alles starten. Das ist klar, also nicht eure Wäsche mitwaschen. Das machen wir jetzt. Jetzt packen wir das Ganze mal aus und schauen, wie das aussieht. Dieser Almar Winn Spül- und Waschmaschinenreiniger, das sind so einzelne Päckchen hier. Okay, dann gehen wir mal zur Waschmaschine und machen das rein. Schauen wir mal. Okay, das ist meine Waschmaschine hier, eine Bosch. Die Haupteinspülkammer ist hier, das ist die 2, das verwirrt manche etwas, denn die 1 ist für Vorwäsche und genau das soll man ja nicht machen, sondern direkt in die Hauptspülkammer. In der Mitte bei diesem Blümchen, das sagt ja schon, das Blümchen ist der Weichspüler, liebe Freunde, aber das nur nebenbei. Machen wir das mal rein. Das Ganze ist in so einer Plastikverpackung, ja in so einer Folienverpackung, das ist jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach das Beste, aber gut, das wird wahrscheinlich recyceltes Zeug sein. Steht meines Wissens nichts auf der Verpackung, das heißt vielleicht auch nicht, was das Ganze irgendwie etwas, naja, konterkariert, aber egal. Ich mag die Dinger auch so nicht, weil wenn du die so aufreißt, dann hast du meistens irgendwas, was rausfällt, dann schneide ich solche Teile auf, wenn ich sie habe. Dafür habe ich eine Schere. Die ganze Packung kommt in die Hauptspüleinkammer, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. Dann schütten wir das jetzt mal rein, hier in die 2, das ist die Haupteinspülkammer, einfach die ganze Packung einmal wie ein Waschmaschinenreiniger reinmachen. So, perfekt, da seht ihr es, alles drin, ist eine ganz schöne Menge, muss ich sagen. Dann machen wir das hier zu und dann können wir das erlaufen lassen, das Programm. Also nochmal kurz nachlesen, damit ich nichts falsch mache, Gebrauchsanweisung, Haupteinspülkammer haben wir, Hauptwaschgang mindestens 60 Grad ohne Vorwäsche, okay, also ohne Vorwäsche. Alles klar, haben wir ja gemacht, das habe ich euch ja gesagt, also die 1 nicht benutzen, weil das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man sich nicht auskennt damit, denn die 1, das sieht ja so aus, Haupteinspülkammer ist für mich die 1. Also da wäre ich auch froh, wenn die Waschmaschinenhersteller irgendwann mal hingehen und sagen, okay, Vorwäsche, da könnte man V hin machen oder man schreibt einfach Vorwäsche hin, ist ja genug Platz, nein. Dann macht man ein Blümchen, eine 1 und eine 2, also besonders intuitiv ist das nicht. Okay, aber egal, ihr wisst es jetzt, dann machen wir das hier zu. Okay, und dann brauchen wir einen Hauptwaschgang mit mindestens 60 Grad, das ist ja bei den heutigen Waschmaschinen auch ein Problem. Ja, da gibt es diese Kurzprogramme, die laufen dann 15 Minuten, aber dann bilden sich eben jede Menge Bakterien, weil die natürlich auch noch bei 30 Grad laufen, da lacht sich jede Bakterie kaputt. Deshalb, diese 60 Grad als Angabe macht das unbedingt, sonst rückt das Ganze nicht. Also dann machen wir mal Sportswöhr, ist auch 30 Grad, kann ich natürlich ändern. Machen wir mal Allergie Plus, ohne Vorwahl. Was haben wir noch? Das ist wirklich witzig, die Maschine ist auch nicht besonders neu, die ist schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber die hat kein einziges Standardprogramm außer Baumwolle, das 60 Grad hat. Okay, aber ich gehe lieber hier auf dieses Allergieprogramm, weil wenn ich hier starte, bin ich mir nicht sicher, ob ihr die Vorwäsche noch laufen lässt. Wenn das geht. Ja, das geht. 90 kann ich nicht machen bei dem Programm, aber 60 geht, dann läuft die Maschine zwar ziemlich lang, aber ich habe diese 60 Grad und ich komme nicht in Gefahr, dass der hier über diese Vorwäsche geht. Da bin ich mir nicht sicher. Also vielleicht kennt ihr euch aus mit diesen Programmen, ob das dann hier, weil hier steht Plus Vorwäsche, Raumwolle Plus Vorwäsche, kann sein, dass ich es natürlich auch so hätte einstellen müssen dann, aber ich bin mir eben nicht sicher. Und ich will definitiv keine Vorwäsche. Also nochmal, hier geht es nicht, Allergie Plus. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal doch eine neue Waschmaschine, liebe Freunde. So, jetzt haben wir es. 60 Grad, hier seht ihr die Trommel. Ist nicht so dreckig, aber das sieht man natürlich von außen auch nicht. Ab und zu solltet ihr die Waschmaschine mal reinigen, die verkalkt von innen, der Schmutz bleibt innen. Aber wir werden ja sehen, was das Ganze bringt. Riecht okay. Mal sehen, wie es nachher riecht. Ich erwarte natürlich super Duft. Okay, also leer laufen lassen. Jetzt macht ihr das Ding einfach zu. Dann lasst ihr das jetzt durchlaufen. Danach testen wir das Ergebnis, wie sauber das Ganze ist und vor allem, wie riecht das Ganze. Legen wir also mal los. So, jetzt ist das Programm durchgelaufen. Dann schauen wir uns mal die Maschine an, würde ich sagen. Eine Spülkammer wird ja davon nicht gereinigt. Aber ich wollte mal sehen, ob es vielleicht auch etwas sauber ist. Naja, ein wenig sauberer ist es. Jetzt machen wir die Maschine mal aus und schauen rein. Ist gerade fertig gelaufen. Oh, die riecht gut. Also das kann ich euch sagen, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, angenehm. Was ist das für ein Ruch? Lavendel? Bin mir nicht sicher. Meine Frau könnte das besser riechen. Bin nicht so das Geruchsschenie, aber es sieht sehr sauber aus. Auf jeden Fall sauberer wie vorher. Innen ist es ja immer schwer zu sagen, ja, wie soll ich. Ich kann schlecht in meine Maschine reinschauen, ob die jetzt entkalkt ist. Es sieht aber ziemlich gut aus. Die Maschine riecht sehr gut. Das ist dieser Reiniger. Einmal Wynn. Spül- und Waschmaschinenreiniger habe ich noch nie vorher verwendet. Ich werde dafür jetzt nicht bezahlt. Dafür ist mein Kanal viel zu klein. Ich probiere gerne solche Produkte aus. Ich kann es euch empfehlen. Maschine riecht gut, sieht sauber aus. Anwendung ist super einfach. Kleiner Tipp von mir. Hier reinigt das hier. Ihr seht, dreckig. Das muss ich gleich machen. Diese Waschmaschinen-Drommel-Lippe, die ist ein Herd für Bakterien, weil die Feuchtigkeit ist hier drin. Nach dem Waschen, die meisten Leute machen ja sogar die Maschine zu, super falsch. Nach dem Waschen offen stehen lassen, damit die Feuchtigkeit abtrocknen kann ein wenig. Aber das hier wird nie hundertprozentig trocken. Da müsst ihr immer von der Hand ran. Dann hier die Einspielkammer rausnehmen, putzen von Hand, ganz wichtig. Und ab und zu mal das Flusensivir unten reinigen. Das geht hier auf. Wasser ablassen über diesen Ablassschlauch, rausschrauben und das Ganze mal anschauen, ob da Fremdkörper drin sind und reinigen. Auch ganz wichtig. Aber ansonsten kann ich euch das Produkt wirklich empfehlen. Hat soweit gut funktioniert. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Gebt mir ein Like, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das hilft mir sehr. Vielen Dank dafür. Bis bald. Euer Alex.